Der erste Angriff auf die Unterstützung beim Nasdaq ist abgewehrt. Wir sehen im Chart, die gestrige Kerze hat sich dann doch noch gedreht bzw. der Balken. Ich kann es noch mal als Kerze machen. Ein bisschen grün zumindest mal schon, also der gute Wille ist da und die heutige Bewegung ist zumindest mal ein wenig die Fortsetzung nach oben. Insofern ist der erste Angriff zumindest mal abgewehrt. Die Unterstützung hat bisher zumindest mal gehalten. Wie diese Unterstützung hergeleitet wurde, das habt ihr gestern im Video gesehen. Jetzt so die erste Reaktion darauf. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie war die? Denn häufig, man sagt, der Ton macht die Musik. Es ist nicht nur entscheidend, der Kurs ist hochgegangen. Das ist ein gutes Zeichen erst mal. Aber die Frage ist, wie ist er das? Mit Begeisterung im Sinne von, ja, endlich können wir wieder hoch, endlich können wir einkaufen. Oder ist das eher eine Geschichte von, ja, Na gut, schauen wir es uns an und schauen uns die Überlegungen an. Hier im Fünf-Minuten-Chart sieht man es relativ deutlich. Der Kurs ging hoch, er ging wieder runter, er ging jetzt hier irgendwie sowas in der Richtung, jetzt wieder runter. Es sieht insgesamt noch nicht so richtig begeisterungsfähig aus. Ich will es noch nicht schlecht reden, aber irgendwie hat man den Eindruck, dass zumindest die ähnlich großen Rücksetzer hier und das, was wir jetzt hier haben, der hier ist sicherlich eine Nummer zu klein, um direkt verglichen zu werden. Aber das macht noch nicht so richtig den Eindruck, als ob die Marktteilnehmer hier wollen. Überlappungsfrei jedenfalls ist das nicht. Und wir erinnern uns, wenn es Kursüberschneidungen gibt, ist das sehr häufig ein Zeichen für eine Korrektur. Und wenn die Aufwärtsbewegung halt nur korrektiv ist, dann ist das zwar erstmal eine Pause auf der Abwärtsseite, aber damit ist die gute Nachricht auch schon fast rum. Denn eigentlich wäre zu erwarten, dass der Markt dann früher oder später sagt, naja gut, dann gehen wir sie halt doch noch mal an diese Marke. Einen ersten Lackmus-Test werden wir hier auf diesen Zwischentief heute Nachmittag sehen können. Das wäre hier das letzte Zwischentief, was wir von heute Morgen 10 Uhr, ja da oben vor allen Dingen, so also hier unten natürlich heute Morgen 10 Uhr, 15 Uhr oder wann es war, gesehen haben. Also wenn der Kurs da durchgeht, ist es zumindest mal, dass wir die auffälligen Tiefs wieder durchstoßen haben. Hier die ersten Anzeichen für, eigentlich haben wir gar keinen Bock auf Kaufen, sind schon zu sehen im Markt. Jetzt wird es spannend sein, wenn die Abwärtsbewegung möglichst stark ist, möglichst schnell ist, dann haben wir eine ganz gute Chance, dass tatsächlich diese Marke noch mal angegriffen wird und der Kurs dann nach unten sich noch mal fortsetzt. Gute Chance, klingt sehr positiv. Natürlich immer betrachtet aus der neutralen Position. Uns ist egal, ob hoch oder runter. Wir wollen halt nur gerne vorher wissen, in welche Richtung wir vorzüglich unterwegs sein sollen. Also das ist jetzt nicht irgendwie zum Ärger von irgendjemandem, der jetzt gerade Long ausgerichtet ist, sondern aus der neutralen Position. Mach es halt deutlich, dann versuchen wir mitzumachen. Aktuell haben wir jetzt so eine Bewegung, die zumindest bisher noch einigermaßen dreiwellig ist, wenn die aber noch ein bisschen weiter läuft, Gegenbewegungen macht und dann diese Gegenbewegungen, die hatten wir ja schon, und diese Gegenbewegungen überlappungsfrei sind, wäre das eigentlich ein deutliches Zeichen für eine deutliche Abwärtsdynamik. Ich kann es noch mal ein bisschen größer machen. Ihr seht, die ist zwar sehr hoch gelaufen, aber wenn wir etwas in ähnlicher Größe später noch mal kriegen und wie gesagt, der hier dann niedriger ist als der, also das ganze nicht überlappend ist, dann hätten wir eigentlich ein ganz gutes Zeichen für vielleicht später noch mal die Short-Seite. Also ihr seht, sowas in der Richtung wäre dann ganz praktisch, wenn wir das haben, denn wir sollten uns immer merken, starke Seite wiederholt sich sehr gerne noch mal nach oben, starke Seite, schwache Seite, wenn auch sehr klein, starke Seite hier noch mal, starke Seite, schwache Seite, die Wiederholung hier nach oben. Also das ist so eine große Grobeinschätzung der Situation. So richtig kaufwillig bin ich also, wenn ich das angucke, nicht. Nein, also ich bin überhaupt nicht kaufwillig, das mag aber an mir liegen. Immerhin geht der Kurs nach oben, aber jetzt aktuell mit dieser Aussicht finde ich es nicht optimal. Ich lasse mich aber gerne überzeugen von den anderen Marktteilnehmern, wenn der Markt jetzt irgendwann, vielleicht doch heute Nachmittag, noch mal so einen Dreh hinbekommt, kann auch steiler sein, also irgendwie so einen Dreh hinbekommt und dann mal Pause korrektiv in diesen mittleren Bereich, also das, was er gut gemacht hat, wieder in die Mitte wieder wegmachen und dann wackelig runterkommt, korrektiv also runterkommt, dann sage ich mir, na gut, für einen Zwischenlong würde es auf alle Fälle noch mal reichen. Aber das müssten wir dann auch schon tatsächlich sehen. Aktuell haben wir das nicht, deshalb die Vermutung, solange es wackelig hochkommt, ist es wohl eher dann doch noch mal die Abwärtsseite. Kriegen wir dann Unterstützung von den anderen Indizes? Tatsächlich ist das, was wir beim S&P sehen, ein klein bisschen anders. Das fängt schon damit an, dass wir ja hier ein wenig niedriger waren schon als die großen Unterstützungen zumindest mal. Das, was wir gestern gezeichnet hatten, ist nicht gekommen. Also das hatte ich mal so als Angebot, da sah der Kurs noch mehr oder weniger, muss jetzt lügen, so aus in etwa. Vielleicht ein bisschen mehr gab es schon. So in der Richtung, wo ich gesagt habe, na, wenn das dann so irgendwie hinkriegt, fände ich auch die Longseite gut. Hat er bisher nicht gemacht. Aber wenn ich das noch mal hier rüber verschiebe, dann hat man fast den Eindruck, dass wir hier aktuell das ein bisschen nach rechts verschoben hatten. Ein bisschen die Ausmaße stimmen nicht ganz, aber zumindest hier mal so einen relativ starken Anstieg. Das allerdings dann das, was wir beim Nasdaq eben gesehen haben, eben genau nicht mehr ein toller Anstieg. Das sehen wir daran, dass wir zu viele ähnlich große Rücksätze, die sind alle gleich groß, aber alle kursüberschneidend. Also vorläufig, muss ich sagen, finde ich die Aufwärtsseite nicht attraktiv. Ich würde mir fast schon wünschen, wenn er noch mal tiefer geht und dann können wir ja notfalls überlegen, ob wir mit so einer Geschichte auf die Longseite gehen. Aber jetzt hier aus der Hüfte geschossen finde ich das einfach zu dünn. Aus der Hüfte geschossen gucken wir es uns nur mal aus Spaß hier einfach für das Augentraining auf Minutenbasis an. Schaut euch mal so eine Bewegung hier an. Jetzt hier gerade wackelig nach oben, triggert der auf der Abwärtsseite. Das wird euch jetzt nicht mehr helfen, denn bis ihr das Video seht, ist die Kuh längst vom Eis. Er kann nach oben gehen, aber wenn er dieses Zwischentief durchstößt, wäre es eigentlich sehr typisch, dass wir das, was wir da haben, noch mal sehen und mit Chancen auf sogar mehr, aber dann bei dieser Mindestzielhöhe dann auch mit der Idee dann vielleicht wieder zu drehen. Also das ist dieses Muster, ihr seht, das gibt es auf allen möglichen Zeitebenen. Ob man es wirklich auf Minute handeln muss, weiß ich nicht, aber man kann es zumindest auf Minute mal versuchen wahrzunehmen und dann das als ein Richtungsfilter mitzunehmen. Aber mal sehen, ob sich das heute so ausgeht. Zumindest suggeriert das aktuelle Dynamikverhalten nicht so richtig Kauflaune bei den Marktteilnehmern aktuell. Insofern ein wenig Vorsicht ist da schon geboten. Das ist beim Dow Jones auch hier hinten nicht mehr anders. Hier vorne hatte ich noch gedacht, Mensch, das ist doch nicht so schlecht. Nachthandel ein bisschen in die Länge gezogen. Dann hatten wir hier die Pause und die Erwartungshaltung nach oben. Und das wäre dann im Prinzip ja quasi ein Einstieg hier auf diesem Niveau, was ich nicht so gerne mag, weil man nicht so viel nachziehen kann. Wenn die fast auf gleicher Höhe sind, viele von euch erinnern sich, dann hat man wenig Chancen nachzuziehen hier auf dem Weg. Aber spätestens nachdem dieser Anstieg jetzt hier, dieser Rücksetzer und jetzt dieser schon wieder so überschneidend sind, bin ich sehr, finde ich das sehr fragwürdig. Deshalb wäre hier tatsächlich gesagt, ich versuche das mal, egal ob die auf gleicher Höhe sind. Dieser Anstieg war relativ stark, das war relativ schwach. Ich gehe mal long, ich würde die Position jetzt lieber schließen. Auch auf dem Verdacht, dass es doch nach oben steigt. Aber wenn der Markt wirklich stark ist, dann die Frage, warum diese Rücksetzer so überschneidend sind. Also da bin ich noch nicht so richtig der große Freund davon. Im kleinen Bild vielleicht hier sogar ähnlich. Wir können mal einfach für die Augen üben, mal das kleine Bild machen. Auch hier seht ihr verhältnismäßig starke Bewegung runter. Im Moment wackele ich nach oben. Eigentlich würde ich mir allerdings noch mal wünschen, dass es noch mal einmal wenigstens nach oben geht. Dann hätten wir diesen hier als ein Trigger für idealerweise diese Fortsetzung jetzt hier. Ein bisschen grob jetzt hier auf Minute, aber so halbwegs würde man sicherlich auf eine ungefähre Richtung kommen, die dann zumindest mal kurzzeitig noch den Short mitnehmen lässt. Also so richtig die Longseite, ich finde sie noch nicht so richtig gut. Wie sieht es beim DAX aus? Da haben wir gesagt Long. Tatsächlich hat sich das bewahrheitet. Wir haben gestern ja schon angedeutet, dass die Abwärtsseite hier die doofe ist, um es mal so vorsichtig zu sagen, die korrektive ist. Und dass wir eigentlich damit rechnen müssten, dass dann die Aufwärtsrichtung die richtige ist. Das scheint sich aktuell zumindest tatsächlich zu bestätigen. Aufwärts ist hier wohl noch die richtige Richtung und idealerweise sollte er das letzte hoch hier noch mal wegnehmen. Dann wären wir beim Index bei 15.655 in etwa. Kann noch ein bisschen mehr noch sein. Also ich muss sagen, komm, hol sie dir noch. Die wollen wir auf jeden Fall noch mal sehen. Und dann werden wir sehen, ob der Markt noch viel mehr kann oder ob er dann abbricht. Aber bis dahin würde ich ihm jetzt noch mal gute Chancen geben, denn die Abwärtsbewegung ist einfach zu korrektiv, um die vorrangige zu sein im Verhältnis zu dieser Geschichte. Eine Variante wäre, dass wir hier noch mal einmal Pause machen und dann nach oben gehen. Hier sieht es ja auch fast so aus, als ob wir hier in der Mitte so eine große Pause haben. Also so eine ABC-Geschichte, hier eine große Korrektur und jetzt hier noch mal eine ABC-Geschichte. Stichwort Double Zigzag, wem es jetzt was sagt. Hier vorne schon ein Zigzag, hier hinten noch mal ein Zigzag. Wäre jetzt nicht so abwegig, aber ihr seht schon vorrangig die Bewegung eigentlich nach oben. Und wenn der Kurs jetzt noch mal korrektiv runterkommt, vielleicht sogar mit einer echten Trading-Chance an der Stelle noch mal reinzugehen. Den muss er aber noch bringen, damit wir das Muster sehen und entsprechend dann den Einstieg gestalten können. Ja, in diesem Sinne muss man sagen, die amerikanischen Indizes so richtig überzeugen, können sie mich aktuell zumindest nicht. Mal sehen, was draus wird. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite mit dabei seid. Ich gönne es euch von Herzen. Ganz egal, auf welcher Seite ihr euch da in den Markt wagt, drücke ich euch die Daumen, dass es in die richtige Richtung geht. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.